hey willkommen hier auf meinem kanal ich spiele wenger du kannst du kannst zuschauen und habe spaß dabei und los geht's ok castle 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 ja es gibt besseres gibt schlechtere karten castle ist castle also schloss ist eigentlich okay kassel mein kassel mein schloss ich glaube schon ich weiß es nicht aber ich sag mal ja habt ihr auch ja dann schreibt die kommentare mein schloss mein castle die maus war da wo sie nicht sein sollte sehr schlecht ich nehme die stg super start komplett neu sehr schön hier wird gleich irgendwo gegner auftauchen meistens in der ecke oder da links also man müsste hier irgendwo eine auftauchung da 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 ja kommt auch mein gott wie lange ich ihn gebrauchen wo ich mir hingeschossen wo ist der wasser was denn von daraus hat mich jetzt nicht schlecht okay okay wird jetzt auch die karten 90 kann eben ich bin zwar kein guter sniper aber ein zwei kills kriege ich hin wo wo war der wo war der kann ich den sehen probleme sich muss tiefer und ich sehe ich nicht also da wo war ja zum fliegen zimmer eine fliege die gibt mir gerade voll auf die eier die berührt mich an den beinen die berührt mich an den arm hallo ich habe das leider die scheiße möchte gerade oh mein gott wo schießt der ach da ja ich sehe dich nein er war schneller das gibt's doch nicht ich habe ihn getroffen ich habe ihn getroffen ich wollte einen lmg schützen weggerotzt das war eben ganz anders ja toll ich habe auf den sniper gezielt ich gehe mal dieselbe ecke ich bin so blöd ich folge immer den selben weg wir den sniper haben sehen wo war der hin auf die ich geschossen habe wurde der getötet dann wieder selber lmg schütze ich bliege mir aber auch die alte gehört mich am kopf am bein am arm ich mag das nicht ach da wo ist er da habe ich gerade ein bisschen pumpen wir doch gleich wieder ran komm schon zeig dich da war der ist aber eine geile geile sniper position muss man sagen irgendwo war da ich bin mal so blöd und die war vor wo sind meine teammates ich weiß es nicht ok ok schaffen wir das hier auch gerade so hilfe haben schon los so sind die in die eier hoch das macht man nicht wollen die glocken ich habe zu tief gezielt aber ja wir gehen hier hoch und holen uns paar leute ok hier ist keiner dann gehen wir mal nach da hinten läuft jemand hinter mir das gibt es noch nicht auch nur das den ich den gluten geschossen habe war der das scheiße läuft gut läuft gut ich bin auch noch betaschlich ok kommen da müssen wir rein da müssen wir rein das sind so viele kommen schon hier runter schneller schneller nein das sind gebäude ich wusste jetzt nicht wo ich auf der karte war machst du denn da wo ballert der mein teammate hin ist darauf habe ich geschossen ok ok ganz ehrlich habt ihr das gewinn ich gesehen habe ist jetzt gerade mein team an dem vorbeigelaufen und ihn zu sehen ja hinter dem er hat er nicht gesehen deswegen habe ich ja ganz kurz gezögert ich dachte das war doch ein feind ich habe doch ein feind gesehen so her ja oben und unten das scheiße ich ja ja ich habe mich jetzt gekommen kommen 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 ja das gut ich bin auch der erste getroffen wird doch nicht sehr schön ja ich sehe keinen auch fliege die weg die fliege nervt ok ich glaube den haben wir ich will hier durch also ich muss das sehen zeigt euch da was das denn ich kann man denn schießen und da hochgehen ok da ist ja ich bleibe an der treppe hängen sehr schön ja finde ich gut ich treffe nichts war das noch einer nein hast du nicht gesehen das gibt es nicht ich habe ihn erst gar nicht gesehen dann oh scheiße ok das wäre ein cooler drittel geworden aber nein der hat mich ich habe die nicht gesehen ich bin blind er hat sagt ok kommen gehen weiter da rein wir gehen weiter da rein na ist aber ok ganz ehrlich also alles über 1 ist gut oder 1 ist gut also eigentlich kann man so ein paar leute weg rotzen wenn man gut genug ist was ich sehe mich auch da unten da oben nicht ganz oft man gilt auch mal jemand den oh mein gott über hier lang ist es ganz dumm aber ich mache es muss meinen leute jeder mal hoch ja klar nur weil ich da nicht schnell genug hochkam ach komm schon hat da und dann von cooper karabiner wie zersägt zu werden cooper karabiner hallo bro nein ich habe mich nicht ich habe den hinteren ich habe auch nicht den vorderen aber auf dem vorderen habe ich gezielt so was naja ist das war jetzt ohne alles geben und bloß nicht verlieren doch gerade irgendwie alles nur nicht komplett konzentriert alter wie schlecht treff ich denn ohne scheiß wie schlecht dressig kommt schon kommt her los holt euch den punkt zurück wem ist dass hier irgendwo einer ist junge ehrlich ich wollte schon sagen da ist doch irgendwo eine ich sehe doch als ein punkt auf dem radar hier ist doch keine mehr ja gut das war klar dass ich wieder ein abgezogen kriege hast du mich nicht gesehen warum nicht ich bin tot nicht auf mich schießen hat nicht funktioniert sich tot zu stellen egal die fliege geht mir so auf die nerven was das habe ich schon ein paar minuten was war das jetzt was soll das sind alter da waren wir noch was habe ich getroffen ich weiß nicht was also wir haben auf jeden fall komplett die position wieder getauscht sehr schön ok das läuft eigentlich ganz gut oder jetzt mal ehrlich ich finde es läuft gut kürzen okay es ist über 1 ja klar ich sehe keinen fall tut um ja 20 zu 13 ist schon okay ich habe schon schlechter und also man kann dazu lassen wie gesagt es geht auch schlechter warum ist ein darum ist einer kommt schon die granate macht nicht genug schaden ist nicht verarschen aber im nachträglichen kill bekommen okay das verstehe ich auch nicht dass man immer so nachträglich kills bekommen ja warum kriege ich den nicht so scheiß habe ich jetzt auch nicht geschossen jetzt reicht ja jung irgendwann reicht es auch sie überhaupt ein gebäude nein da schon hier ist jemand im raum okay hier ist gar keiner doch der ich weiß dass online dass ich sehen aber nicht ja und ein scheiß ich war irgendwo noch jemand aber hey 25 16 ist geil 25 16 ist geil das ist eine geile lange runde reicht auf einem video mehr will ich euch auch nicht quälen aber es ist gut das ist gut er ist wieder so eine karte die sich unendlich zieht so volle zeit hat wir haben verloren ich habe 25 16 1,5 6er quote gut der beste bei dem 25 zu 7 in der 357 ok 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 ich bin hier drittbeste zweitbeste bei mir im team ja ist okay kann man so lassen muss man nicht ist eigentlich eine coole runde gewesen mal gucken ob wir irgendwo dabei sind theoretisch ja ansonsten da bin ich da bin ich da bin ich doch ja ich bin nicht gestorben bin ich irgendwo dabei team mvp das bin ich schon mal nicht ich habe paulina das bin ich auch nicht und das bin ich auch nicht ich bin nirgends dabei das aber schade gut aber ich damit sagen wenn es euch gefallen hat lasst daumen nach oben da schreibt das kommentare aktiviert die glocke das war es mit dem video ich wünsche einen schönen tag guten morgen denn ich bin hier mit raus